ja moin moin leute moin leute euer zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen folge von warlaut 76 hier im hauptquartier der quallen sozusagen bei den hier hans dieters ich benutze das wort hans dieter viel zu oft ich weiß aber bei den pfadfindern das wollte ich sagen und wir wollten heute herausfinden ob man irgendwie pionierabzeichen bekommen kann kann ich sie mir vielleicht klauen auf von leichen oder so wäre das eine möglichkeit pfadfinder handbuch benefiz veranstaltungen handbuch der pfadfinder pioniere von amerika benefiz veranstaltungen und spenden sammeln ja das mache ich täglich hallo also du bist kaulquappen verkaufsautomat aha kann ich dinge einfach verkaufen und dafür bekomme ich dann diese medaillen nö ja wie bekommt man jetzt das zeug hier so gute frage ne opossum isolierte rucksack mod kühl rucksack mod wie komme ich daran wie komme ich daran kann ich alten damen über die straße helfen soll ich dinge klauen solches braten ich weiß es nicht mit einer lebenserwartung von über 20 jahren die amerikanische rucksack mod wie verdiene ich mehr die reihen der pfadfinder pioniere werden bald wieder gefüllt sein mhm die trauerweide wächst pro jahr zwischen 1,5 und 2,4 m dadurch gehört sie zu den am schnellsten wachsenden bäumen weltweit fahrtfinder abzeichen willkommen im lager an diesem terminal kannst du fahrtfinder pionier prüfung ablegen wenn du bereits fahrtfinder pionier bist dann wähle bitte welche prüfung du ablegen willst äh wenn du noch kein fahrtfinder bist dich für das thema aber interessierst dann wähle bitte den fahrtfinder pionieren beitreten um weitere informationen zu halten kaum quappen prüfung bogen schießen bei dieser prüfung wird dein wissen über bogenschießen getestet prüfung beginnen prüfung läuft frage 1 von 5 frage anzeigen der vater deines besten freundes johnny verbringt sein wochenende da mit bögen herzustellen du sparst nun schon seit monaten um johnny's vater einen bogen abzukaufen denn er ist ein feilmacher bogenschmied bogenspanner oder bogenmacher er ist ein feilmacher oh steht ja gar nicht ob es richtig ist oder falsch frage anzeigen ein feil besteht aus vier teilen was gehört nicht dazu nocke befiederung schafft schrot was zuerst ist eine nocke muss man aber zuerst wissen was eine nocke ist nocke wikipedia nocke steht für das hintere teil eines pfeils schrot pfeil und bogen werden schon seit äh schon sehr lange von menschen benutzt wann wurden wissenschaftler zufolge die ersten pfeile und bögen entwickelt vor 2,5 millionen jahren du bist als zuschauer beim bogenturnier und erlebst wie dein lieblingsschütze einen robbenhut schafft wie würdest du einem freund diese leistung beschreiben wie würdest du einem freund diese leistung beschreiben er hat mit seinem pfeil einen anderen pfeil getroffen und ihn gespalten er hat drei pfeile gleichzeitig abgeschossen und mit allen in die mitte getroffen er hat mit verbundenen augen die mitte der zielscheibe getroffen ja cool er hat unter den zuschauern einen kommunisten entdeckt und ihm einen pfeil in den kopf geschossen hoffentlich heißt das er hat mit seinem pfeil einen anderen pfeil getroffen und ihn gespalten frage 555 du siehst wie danny mit dem bogen zielt und zwar auf billy der einen apfel auf den kopf hat was rätst du ihm das lesen ist anstrengend vor allem mit momentan meiner lage danny sollte höher zielen so ist es weniger wahrscheinlich dass er billys kopf trifft danny sollte niedriger zielen damit er keine lebenswichtigen organe trifft billy sollte ganz still halten damit der apfel nicht von seinem kopf fällt keine der angegebenen antworten ja ich würde ihm raten es nicht zu tun auswertung anzeigen 3 von 5 wer nervt da ich fürchte ich brauche ein abdeck es gibt so viele neue kreaturen die sich nicht in meiner dortenbank befinden ich will nicht zu Ende zu Ende wir haben es erledigt dude alles gut hier hast du licht 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 ok ähm wir machen es nochmal aber diesmal mit google obwohl das geht gar nicht ok was ist denn leicht Kryptoanalyse kochen Insektenkunde ich meine hier muss es noch Informationen dazu geben oder? das Problem ist dass ich momentan nicht in der Lage bin wirklich viel zu lesen weswegen ich wahrscheinlich hier erstmal pausieren werde und dann in den nächsten Tagen wieder aufnehme weil das lesen ist für mich momentan sehr sehr schwer dann sehen wir uns einfach gleich an dieser Position wieder aber an einem anderen Tag für mich bis dann so und da sind wir auch schon wieder und ich habe in der letzten Zeit wo ich nicht gespielt habe selbstverständlich Kommentare gelesen und Kommentare meinten ich soll in die wöchentliche nicht in die wöchentliche sondern in die Welt reingucken und da steht das dann ähm da Kaulquappenabzeichen bestehe die theoretische Prüfung in Insektenkunde ach du scheiße das müssen wir alles machen ah das ist ja alles Kaulquappe ne? da gab es ja noch was anderes ok wir haben einiges zu tun Sport bestehe die theoretische Prüfung in Sport alles klar aber vorher haben wir noch was anderes zu erledigen und zwar haben wir hier noch Rede mit Pfadfinder Pompey oder gehen wir doch hin ich weiß nicht warum die Quest plötzlich da ist aber da geh ich doch hin so ganz klar was ist denn los? vielleicht treffen wir nochmal den Schiebsquatch ich habe übrigens gesehen nach dem Bearbeiten der Folge dass wir ähm ich weiß nicht kann man das als Trophäen bezeichnen ich hoffe es ist nicht unter Schrott äh klassifiziert auf jeden Fall haben wir ein paar Sachen von ihm bekommen und ich glaube das ist dafür um ihn an die Wand zu hängen ich bin mir aber nicht sicher gucken wir erstmal unter Schrott wie ist die Rüse? ah da ich will das ehrlich gesagt nicht auseinander bauen ich glaube das packe ich so in die Truhe und auch das das ist meine persönliche Trophäe und vielleicht können wir sie ja wirklich aufhängen weil ich habe das Gefühl wenn wir alles verschrotten ähm dann äh ist es weg wieso können wir plötzlich 430 tragen Baggerbohnen Kapazität 200? Hä? das gibt doch keinen Sinn sonst ist das doch immer bei 100 so ist hier noch was? nein alles klaro wo ist der Chef? was ist das denn? 15er Kugel ja nehm ich was solls ok ich das hab ich gesehen ha! schmutziges Wasser damit rabe ich mich gleich erstmal ein hallo? ist hier jemand? nein ist niemand da dann ist ja gut so der soll hier irgendwo sein höchstwahrscheinlich ah da ist er noch in diesem Haus wollte ich sagen aber er ist nicht hier im Haus hallo immer aufwärts das ist unser Motto wir wollen wachsen und gemeinsam alle Dinge erreichen du musst die neue Kaulquappe sein es ist immer schön neue Pfadfinder Pioniere zu begrüßen ich liebe die Natur du nicht auch? ja sieht man das nicht? Pfadfinder Pioniere lieben alles an der Natur selbst Stinktiere und Opossums kannst du Opossums sagen? oh Gott jetzt haben wir ein Problem deine lieben Tiere die du magst äh die töten mich gleich hilf mir doch mal bitte da das halte ich von deinen Tieren jetzt nochmal einen fetten das ist das ist müßig müßig das ist müßig du kannst ein abzeichen verdienen den du alten mutagenen giftmüll in ein sicherheitsfass stopfst kannst du sicherheitsfass sagen? ich wusste es und jetzt lauf los und verdiene dir dein abzeichen mutagener giftmüll kann genetische veränderungen hervorrufen die schädlich oder sogar tödlich sein können Okay, er behandelt mich wie ein Sechsjähriger und er möchte, dass ich Sechsjähriger Giftmüll in eine Tonne tue. Alles klar, ja. Kein Wunder, es ist die Welt hier zugrunde gegangen. So, beseitige Muthagenen. Na gut, das kriegen wir hin. Hallo, leuchtender Snelligaster. Du wirst bestimmt meine Aurora spüren, ne? Spüre, die macht meine Aurora. Ja, jetzt komm noch mal ein bisschen näher, damit ich nicht ins Wasser muss. Ich muss sowieso ins Wasser. Was hast du denn noch so schönes? Ein Plasma-Gewehr, rückstoßdämpfend. Ich, Freunde, ich weiß, ich habe schon über 136 Folgen gemacht. Aber ich habe noch keine Ahnung, wie man irgendwelche Bauteile quasi auseinandernimmt, um sie zu behalten. Was ist das für ein grünes Zeug? Soll das vielleicht ein Stein sein? Muss ein sehr giftiger Stein sein. Deswegen muss ich mal kurz prüfen, also nicht jetzt, sondern gleich. Nach der Quest hier gehen wir noch kurz nach Hause, bringen erstmal die Sachen in Sicherheit. Und dann werden wir mal testen, wie man Dinge quasi sichert. Mods. Falls das überhaupt geht. Weil ich würde gerne den Schallnämpfer nehmen. Und den quasi rausnehmen, um den zu behalten. Ach, komm. Soll ich da reingehen? Kann ich von hier aus da rein? Gibt es da irgendwas Schickes? Da liegt eine Mod. Ich glaube, das geht nicht. Na gut. Machen wir die gute, altbewährte Art und Weise. Und nehmen unseren Skill vom Schlossknacken. Wo war das nochmal? Ach da. Vier ungenutzt. Weißt du was? Wir haben vier ungenutzt. Dann können wir die auch erstmal drinnen lassen. Irgendwann ist vorbei. So, was haben wir denn hier? Fischer-Outfit. Baseball-Schläger-Mod. Oh ja. Großartig. Genau das, was ich mir zu Weihnachten gewünscht habe. Okay, was auch immer das war. So, haben wir noch Giftmüll? Ja, haben wir. Was geht denn mit dem ab? Was geht denn mit dem ab? Oh, oh. Wieso leuchten die? Hä? Ich dachte, das wären die krassen, übelsten Mega-Viecher. Wieso haben die geleuchtet? Warum leuchtet ihr? Bin ich auf Droge? Hä? Warum leuchten die? Ich habe heute nichts genommen. Wirklich. Ihr habt das auch gesehen, oder? Eine 10 mm Automatikpistole. Verdammt. Eines Tages will ich so ein Viecher auch nochmal umbringen, aber... Ihr seht schon die Problematik. Das Viech haut ab. Habt ihr schon einen von diesen Viechern getötet? Ich weiß nicht, war das das... Grafton-Monster? Oh, hi. Hi. Hier muss man auch irgendwie töten können, oder? Ich will das auch nicht googeln. Also, ich finde... Googeln ist ja Schwäche zeigen. Ne? Darum habe ich mir jetzt Alexa gekauft. Damit Alexa für mich googeln kann. Weil sie ist die Schwache von uns beiden. Ohne Titel. Kapitel 1. Die Nacht war... Ende. Du bist ein Schriftsteller. Du bist ein Profi. Alter Spiel. So ein Buch könnte ich in meinem Leben nicht schreiben. Ich bin ein bisschen einfersüchtig. Immer noch besser als das vom Drachenlord. So. Und welches Nettigast das hier? Nein. Dann gehen wir mal eine Runde tauchen. Das fand ich übrigens am geilsten an dieser Änderung. Seit Fallout 4 gibt es hier diese neuen Powerrüstungen. Man erinnert sich ja an Fallout 3 mit deren Powerrüstung. Da konntest du ja immer noch mit schwimmen und alles. Weißt du? Das war ja wie so ein Anzug, den du angezogen hast. Aber das hier ist ja wirklich eine Rüstung. Eine richtige Rüstung. Das fand ich schon cool. Da habe ich mich sehr drauf gefreut bei Fallout 4. Wird mal Zeit, dass ich das Fallout 4-Let's Play weitermache, was wir gemacht haben, ne? Und das Skyrim. Weil ich habe mir extra dieses wunderschöne Kragenmikrofon geholt, was ich noch nicht probiert habe, was ihr wahrscheinlich auch noch nicht kennt, um VR zu spielen. Ich weiß nicht, ob ich Fallout jetzt im VR spielen will. Muss ich nochmal gucken. Wäre aber schon ganz geil. Ich meine, ich habe es ja auf die einfache Art und Weise schon gemacht. Da wäre VR immer was anderes. Hallo, Faniere. Was geht, Junge? Hallo. Kriege ich was umsonst? Gib mir was. Gib mir was. Gib mir was. Oh, okay. Wäre jetzt liegen der gewesen, wäre ich sauer. Ich glaube, er redet mit mir. Doof nur, dass ich das ausgemacht habe. So. Wie kommen wir jetzt da runter? Was war das? Willst du ein Foto mit mir machen? Okay. Nehmen wir mal ein Foto. Kann ich irgendwelche Moose machen? Ah, ich kann, ich kann doch bestimmt... Äh, äh. Foto, nein. Foto-Vodos. Foto-Vodos. Äh. Pose. Ach, er auch kommt. Da hättest du das Foto schon gemacht. Ich wollte auch eine schöne Pose machen. So, aber verschreibt mich die ganze Zeit an. Oh. Ein Bierhut. Oh mein Gott, ich bin jetzt so glücklich. Irgendwer schreit hier. Ah, da geht's runter. Aber ich will erst mal hoch. Hier ist irgend so ein Penner, der mich anschreit. Du schreist nie wieder. Ich frage mich, ob der mich kennt. Wenn er schon ein Foto machen möchte. Schade nur, dass ich gleich einkaufen gehen muss. Und er mich nicht weiter verfolgen kann. So. Meins. Ach, du schreist hier rum. Jetzt kannst du nicht mehr schreien. Hey. Klopp war er weg. 10.000 Teile zerflogen. Okay. Äh, hab ich überhaupt nen Timer gestartet? Ja. Sehr sch... Nein, ich wollte nicht hierher. Oh Gott. Das wurden Fehler gemacht, Freunde. Hier wollte ich nicht her. Aber wisst ihr was? Wir nehmen einfach die Quest an. Obwohl ich gehe gleich einkaufen. Oh, da war ne Schatzkarte drin. Ich hab nicht drauf geachtet. Ah, scheiß drauf. Du willst handeln? Ich drücke Y. Achso, ich muss halten. Was kann ich für dich tun? Ich habe nur meinen MC-Seo, den wahrscheinlich jeder haben möchte. Oder willst du mir etwas geben? 30% Schaden gegen Mayoloxer und Insekten. Ja, hm. Kugeln explodieren und verursachen Flächenschaden. Das ist cool. Ich kann ihn nicht hören. Soll ich das bekommen? Ich kann... In diesem Minucke... Ich kann ja nicht mehr Sound on machen. Es tut mir leid, wenn du dieses Video siehst. Du merkst es selber. Man kann dich nicht hören. Das habe ich ausgemacht, seitdem die Russen darum geschrien haben. Ja, totale Katastrophe. Ziele brennen 30 Sekunden lang und erleiden dabei 24 Punkte Schaden. Das ist ja eine Sniper, ne? 150 Schaden. Das Ding ist cool. Das Ding ist richtig cool. Aber ich weiß nicht, was er jetzt von mir will. Ich höre ihn ja auch nicht. Verbesserte Tarnung. Schnelle Schleichgeschäuze. Gib mir den Ausputzer. Der ist cool. Verbesserter Schaden regiert deine Gesundheit für kurze Zeit, wenn du einen Gegner triffst. Der Ausputzer ist cool. Kann ich den haben? Nur Angebote? Keine Ahnung. Und jetzt? Was willst du von mir, Fettri? Ich weiß noch nicht, was du willst. Das ist so, als würde mich ein stummer Kerl auf der Straße ansprechen. Was selbstverständlich nicht geht. Hey, das Ding habe ich auch. Ja, tut mir leid. Aber ich kann dich nun mal nicht verstehen. Warte mal kurz. So. Halt, habe ich das jetzt? Ah, ich glaube, jetzt habe ich es angemacht. Ich glaube, jetzt kann man mich hören. Ja. So. Deutsch, German. Ich höre ihn immer noch nicht. Keine Ahnung. Oder vielleicht atmet er einfach nur. Vielleicht ist das irgendwie so ein gruseliger Typ, der einfach nur atmet. Bang, ich zerschieße sein Herz. Seid da. Bam, bam. So. Kann ich jetzt weitergehen? Ich glaube schon. Wir lassen ihn mal hier. Jetzt schnell weg. Der wird ja niemals rauskommen. Ja doch, kommt er. Weißt du, was er da jetzt gemacht? Also, ich winke zurück. Hier, winke, winke. So. Wir müssen erstmal die Einstellung wieder umstellen. So. Dann wollen wir mal, ja? Äh, Atommüll. Ich sehe dich, Flieger. Äh, Team. Ach Gott. Muss ich jetzt? Warte kurz. Hilfe, was drück ich denn? Ach. Ein hin und her. Äh. Ich hab's. Ach. Diese Knöpfe, die dreh. Ich dreh durch. So. Täuscht den Talk aus. So. Äh. Ich, äh. Man hört mich nicht, ne? Ja. Hm. Ich mag dieses Spiel nicht. Ach so. Man hört mich wahrscheinlich nicht wegen... Täuscht den Talk ist aus, ne? So, jetzt hört man mich heute wieder. Oder? Ja. Ich geh gleich einkaufen. Ich nehm nur kurz auf und dann bin ich, äh... Energy holen. Energy. Wir haben jetzt nämlich Wochenende. Und wenn ich am Wochenende kein Energy habe, Leute... Armer Mr. Flauschig. Da muss er nämlich dran glauben. Man muss ja bedenken. Ich mein, Energy ist ja nichts anderes als, äh... Ja, Bullenurin. Aber es funktioniert ja auch mit der Katze. Da melke ich ein bisschen Mr. Flauschig schon mal. Geht's ab? Ach, wir haben schon alles eingesammelt. Nice. Ach, der ist draußen. Nein. Ich bin noch zu fett, um durchs Fenster zu kommen. Hä? Achso. Ich dachte, er würde sich jetzt da drin verstecken. So, easy. Gut. Dann haben wir jetzt noch ein paar Millisekunden, um... Einmal kurz in die Welt reinzuschauen. Was machen wir denn? Was machen wir denn? Insektenkunde, Bogenschießen, Jagdkunde, Kochen... Kriechtierkunde? Da muss ich bestimmt welche fotografieren, oder? Stelle ein Froschhabitat her. Verdammt. Alexa kommt erst morgen. Ich kann sie erst morgen fragen, was das ist. Habitat? Ist das irgendwie ein Nest? Hacke dich in Terminal zur Stufe. Oh, Gott. Den hier werde ich hassen. Bestehe die theoretische Prüfung Medizin. Oh, schwimmen. Das ist doch leicht, ne? Lege die Schwimmprüfung für Fahrtwinderpioniere am Spruce-Knopf-See ab. Belebe einen anderen Spieler wieder, währenddessen du im Wasser bist. Äh, kannst du mal im Wasser sterben? Möchtest du im Wasser sterben? Ah. Ah. Ja, sehr schön. Hahaha. Funktioniert doch. Ich geh mal einen Schritt weiter weg. Ich glaub, das wird eine Zeit lang dauern. Oh, ne. Ah. Kann ich ihn nicht einfach erschießen? Ich dachte, du bist tot? Solltest du jetzt nicht tot sein? Komm, wir gehen ins Wasser hin und ich erschieße dich irgendwie. Du musst nämlich im Wasser sein. Oh, Gott. Ich werde ja die Radioaktivität sterben. Ah. Er ist unsichtbar. Und sichtbar ist nicht tot. Ich muss mich erst mal right away reinziehen. Ich bin ja schon ziemlich tot. Äh. Ach, er zieht sich aus. Ah. Ja gut. Das wird unsichtbar machen. Ist natürlich ein guter Trick. Oh. Bitte nicht. Oh. Ich bin gleich da. Äh. Warte. Okay. Halte gedrückt. Okay. Und jetzt soll ich dich wahrscheinlich wiederbeleben, ne? Aber soll ich nicht schwimmen dabei? Ich glaube, ich soll schwimmen dabei. Ich kann dich nicht wiederbeleben. Achso, wir müssen im Team sein. Hör jetzt weg! Hä? Hirnschmelzer? Wieso Hirnschmelzer? Hä? Das ist doch ein Hirnschmelzer. Hä? Was? Wie? Jetzt bin ich verwirrt. So. Ich kann dich nicht wiederbeleben. Ich weiß nicht, wie das geht. Spreche ich überhaupt? Ich weiß es nicht. Okay. Ich spreche. Alles klar. Ich habe keine Ahnung, wie man wiederbelebt. Und was ist das für eine Eins? Ach, das ist eine Karte. Ah. Ich gucke einfach nur aufgeregt zu, wie er im Wasser steht. Soll ich dich erschießen? Ist das, was du willst? Da. Da ist er. Er ist nur Macht gefallen. Ja, aber irgendwie. Ja, nee. Geht nicht. Geht nicht. Ich kann ihn... Nein. Das sollten wir nicht tun. Äh. Keine Ahnung, das geht nicht. Hm. Hm. Tja, Ferien, ja. Wenn du nur reden könntest. Es wäre so schön. Ich hätte endlich einen Freund. Oh, wer winkt da? Hm? Na gut. Ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt mal. Äh. Denn ich muss, äh, Energy holen. Ich habe jetzt gerade Feierabend. Und ich brauche meine Energy. Ganz dringend. Und dann komme ich wieder. Tjausen. Bye, bye. Euch natürlich auch. Ich brauche meine Energy. Bis zum nächsten Mal.